schon fünf oder sechs tage schon her ne ist schon schlimm ne also ungefähr sieben tage ja genau eine woche ist es her und ja ich werde hier leider nur einige gameplays immer mal aufnehmen und euch zeigen und nicht let's playen weil ich das save game nicht mehr zurücksetzen kann und schon bei level ich weiß gar nicht 15 kann das sein level 15 bin und so wie es gerade aussieht verträgt sich die crew nicht so ganz mit fraps es gibt die gerade kurz ruckler dann muss ich aber dann noch mal schauen